Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Thorben und heute sind nicht nur Tobi und Flori dabei, sondern auch noch ganz viele andere Leute vom Team Gaming HD und den Kanal-Link von denen, der ist natürlich in der Beschreibung und ja, wollt ihr euch einmal vorstellen alle? Ja. Ihr kennt mich ja, die meisten von euch, ich bin der Chris von Gaming HD und ich bin der Lifestyler, der die ganzen Chaoten hier mal in den Griff verhalten muss, ne, sonst läuft das ja nicht. Genau, die bringen uns jetzt ein bisschen Ordnung weit, das ist eine stramme Truppe. Ja, also Leute, ihr werdet von uns viel Geschrei erleben und die bleiben einfach ganz cool und in der Base und organisieren alles, die haben hier, ihr seht schon, Thorben, guck dir mal diese Kiste an. Das ist das Kiste. Da werden hinterher 2000 Rüstungsteile drin liegen, die wir uns dann immer sinken, die zu verbrauchen. Ja, so wird's dann aussehen. Ja, so war der Ball. Also ich muss sagen, die Folge wird sehr gut. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Gerade haben wir natürlich auch eine Folge auf ihrem Kanal aufgenommen. Wenn ihr die noch nicht gesehen haben solltet, dann guckt mal vorbei. Ja, weil die war mindestens genauso cool. Ja, die war echt cool. Ja. Und... Die alle um ein Bett betteln, ne? Oh, du unverständlich stich auch. Thorben, du wurdest gerecht. Was haltet ihr davon, erstmal die Mitte jetzt zu holen? Wir sind zu Gute da und ihr seid einfach zu dumm. So, guck mal hier. Äh, wen meintet ihr? Ordnungsmeister, ich hatte mal ein bisschen Gold und Eisen in die Kiste getan. Ja, ja, hast du einfach so reingepackt. War ja nur, dass ihr in Ordnung da gehabt habt. Ja, da kennen wir gar nichts. Weißt du, ich denk mir so, äh, Gold ist ein Rüstungsteil. So. Ey, Leute, ein Gelber ist hinter mir, kann den einen haben. Das ist kein Problem, Flo. Ja, ich hab auch mal in die Rüstungskiste ein bisschen Eisen gelegt. Flo, du darfst auch wieder umdrehen und in die Mitte rennen, ne? Leute, hast du den denn jetzt geholt, Thorben? Hast du einen Bogen, oder was? Alter, wo ist denn dein Problem? Ich hab den einfach runtergeschlagen. Oh, du bist in der Mitte. Hast du dir das Gold oben schon geschnitten? Ähm, ein Grüner baut sich zu uns so von der Seite. Ja, der Grüne hat da ganz viel Gold, ne? Der Grüne baut sich vor allem von unten zu der... Ja, ich bin da schon. Ja, gut. Ich versuch mal, deren Bett jetzt direkt zu holen hier. Die sind nämlich nur gerade zu zweit da. Am Start. Und ich bin... Ich hab deren Bett, alles klar. Sehr geil. Das läuft ja mal bei dir. Also, Leute, ihr seht schon. Die anderen drei haben sich nicht mal aus der Base rausgetraut. Äh, die anderen drei haben sich nicht mal aus der Base rausgetraut. Alter, der heißt aber Itz-Cactus-Pvp, glaub ich. Glaubst du? Ja, der heißt wirklich Itz-Cactus-Pvp. Okay, das wird schwer. Weil der so stachelig ist. Ja. Der sticht seine Fange. So. Das Frage ist, womit? Ey, welches Team sind wir? Ich hab wieder irgendwie Gold in die Kiste gepackt. Blau. Lila, genau. Pink. Definitiv Lila. Schlo. Voll gerade Farbe. Da bohrt sich einer von der Seite zu uns. Ähm, leider. Da bohrte ich nur nicht lang. Hätte klappen können. Oh, der hat einen Bogen. Ah, der hat einen Bogen. Nein. Okay, ich brauche mich. Ich versuche jetzt auch direkt das Bett von Kuro. Ja, Leute, schieß mal bitte einen. Äh, Rüstungsmeister haben wir Bogen. Okay, Trotz. Ja, jetzt einfach Rüstungsmeister jetzt. Ja, der Rüstungsmeister ist mir ein bisschen zu langsam. Boah. Der Christi knippelt von hinten über Kopf gezogen, er schleift dich in eine Ecke. Wir haben ja auch mal Kettenbrustlevel 3. Nein, natürlich nicht. Rot ist ein bisschen aufmerksamer als Grün. Ja, aber nicht viel. Doch, doch. Flo hat das Bett jetzt. Guck mal, ich hab die zugebaut, Flo. Richtig lustig, ne? Ich brauche noch einen Eisenherrüstungsmeister. Rüstungsmeister. Wir brauchen den Verstecken, Flo. Wir brauchen den Zug, okay? Also, du musst dir merken, sie ignoriert einen gerne, ja? Das macht er so. Ja, ja. Ja, ja. Ich merke schon. Oh, das war richtig unauffällig bei mir. Ich brauche mich ja wirklich. Ja. Bei mir auch. Ja. Damit. Egal, Flo. Wir zählen bis drei und dann springen wir runter, okay? Okay. Drei. Los geht's. Alarm, Alarm. Ist der schlecht, Alter? Oh, ich betroff. Oh, nein. Das Problem ist, die haben ihr Bett mit Kisten und Enderkisten eingebaut. Voll die gute Idee eigentlich. Aber Bett einbauen ist sowieso langweilig. Völlig überbewertet. Völlig überbewertet. Das machen wir immer. Ach ja, wir sind echt die Control-Fleaks, was das angeht. Alter. So, hier Gold. Er hat Anti-Aim-Bot. Also, ich zeige euch einmal jetzt kurz die Kiste, die obere hier. So sieht das immer aus. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Hier die Schwerter, die schweben einfach. Alter, hier liegt Bronze oben drin. Und das Bett. Das war ich. Ach so, ich wollte schon sagen, ey. Gibt's ja gar nicht. So. Baut doch mal das Bett zu. Lol, im Radio kommt gerade Arme. Ja, schön. So, ich habe mal eben einen grünen. Blick ist schussig, ja? Er schreibt einfach zweimal genau das gleiche. Oh. Soll ich mal schreiben, was auf YouTube kommt? Oh, Tobi, hält die Klappe. YouTube kommt. Deine Mutter. Ah, der hat ja einen Bogen. Nee, die kommt da nicht. Nasha ist wieder viel gut für den Bogen drin. Ja, ja. Nee. Ja, doch. Okay, alles gut. Torben, Alter. Ja, ich fiebe immer ein bisschen mit mit meinen Kills. Merkt das schon? Ich fiebe diese amazing Skills hier. Von unten. Leute, ich will beide springen einfach runter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er ist tot. Ja, mussten ihn leider vernichten. Mann, und ich war gerade so gut. Ja, komm, wir gehen zu Rot, Flo. War ich gerade? War ich gerade auch? Die habe ich gerade... Nee, ich war... Komm, Flo, lauf. Oh, der ist hier. Ja, ich weiß. Töch, hast doch. Alter, ich wusste das nicht. Ich war gelb. Mann, ich... Ich feier das Lied voll. Amino. Der ist alleine irgendwie. Aha, gelb ist so blöd. Die sind voll... Der ist mega alleine. Der muss sich irgendwie Stimmung machen. Hast du gerade, ich wollte gerade sagen, hast du gerade drei Pfeile rausgenommen? Der muss sich irgendwie Stimmung machen. Der chillt alleine in seiner Base und macht nichts. Hinter dir ist ein grüner Torben, ne? Ja, das ist der, der alleine ist. Hab ihn. Och, Mann. Und der hat noch richtig, gar kein Problem. Ich bin da. Ey, wie hat der das denn gemacht? Der ist gesprungen. Also, von dem, von dem... Von... Ja, Leute, ne? Ich bin hier die ganze Zeit bei Rot. Also, mir könnte rein theoretisch einer helfen, wenn ihr Bock habt. So, geht doch auch an die drei Jungs da. Von Gaming HD. Ähm, wo? Ich komm bei den Weg weg, ne? Okay, Rüstung. Dankeschön. Was geht bei Gelb eigentlich? Ey, Leute, wir können jetzt zu Rot. Komm schnell, komm schnell. Ich find, das ist ne Frechheit, dass da nur Level 2 A-Chessplates drin sind. Ja, sind auf dem Weg. Dafür gehört man Gestein nicht. Leute, Leute. Ja? Alarm. Rot. Ja, wir sind zu dritt hier. Alarm. Ich komme. Alter, stimmt bei Rot. Nee, eigentlich nicht. Hier, schön von der Seite. Die haben ihr Lächeln. Ja. Lass doch mal. Hahaha. So. Hahaha. Wo wird meine... Ja, alles klar. Wohin. Ja. Es macht Spaß. Ey, die Gämen. Die wollen sich ganz leaky in die Mitte bauen. Und ich bin zu dumm, die gerade abzuschießen, obwohl der sich baut. Okay, einer hab ich... Wohin ist vorn dicht, Alter. What the fuck, ich bin so inkompetent gerade. Ich schlütte denen einfach der Kauf. Rechts in der Ecke. Links in der Ecke. Ah. Rechts, links, oben, unten. Ich baue Bett. Ich baue Bett. Ich brauche Hilfe. Lol. Ich bin tot. Wo war Chris? Chris, wo warst du? Ich bin enttäuscht, Chris. Zieh dich zurück. Ah. Okay, gar kein Problem, Leute. Gelb hab ich mal eben zerstört. Ich mach jetzt das Bett von Team Gelb kaputt, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich bin tot. Hey, jetzt im Ernst? Ähm, ja, noch nicht, aber innerhalb der nächsten 10 Minuten. Grüner mit Eisenschwert bei uns im Base, Base. Alter, die mach ich... Okay, ich geh links rum. Kein Problem. Ihr habt ihr das Bett eingebaut und ihr seid ja richtige Kontrollfreaks, deswegen ist auch die ganze Kiste voll mit Eisenschwert. Guck mal. Hi, ich bin hinter dir. Ey, dieses T-Shirt, das gehöre ich auf den Sack, weil das stellt sich immer in den Weg. Okay, jetzt ist gar kein Problem. Sascha, wenn du Gold hast, eine Enderkiste, bitte bauen. Sascha hat nachgelassen, die Kiste ist leer. Das ist... Sascha, schäm dich. Sascha, immer rechtsklick, neu, neu. Komm schon, ein mit Eisenschwert von Gelb. Ey, aber ich muss sagen, diese Runde ist gar nicht mal so chaotisch. Wenn man jetzt so die Testrunde... Fack, 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 fack. Also ihr müsst wissen, wir hatten davor noch so eine Testrunde und wir haben gewonnen. Ich verschwende jetzt mal unsere ganze Bronze, ne? Ey, Tobi, gewonnen brauchen wir nicht mehr erwähnen. Ich verschwende mal unsere ganze Bronze, ne? Wie viel Gold muss eigentlich da oben liegen? Alles klar. Weiß ich nicht. Ja, Torben, du hattest wieder keinen. Aber, aber es war einfach übel chaotisch. Sascha, hast du noch nicht mehr gefrügt? Aber es war ja auch sowieso noch eine Testrunde. Aber es war lustig. Tobi, hilfst du mir bei der Mission, 8 TNT-Scharfen in die Base von Gelb zu bringen? Bau mal bitte. Ja klar, ich bin gerade hier bei Gelb. Weißt du noch, als wir die Challenge gemacht haben mit den 100 TNT-Scharfen? Das war cool. Braucht ihr Gold? Die haben wir alle auf einmal in die Base gesetzt. Das war richtig lustig. Okay, ich würde sagen, es geht raus. Ja, Tobi, geh mal da weg. Ich spawne die lieber da unten drin, dann können die sich so ausrichten. Okay, das hat super funktioniert. Ich merke schon, setzt die Hunde. Ist das gerade runtergefallen? Ja, setzt die Hunde. Ne, ich gehe jetzt da hin und setze sie da. Ne, da kenne ich nichts. Ein Roter kommt. Hallo, in der Base. Ja, sie kommen. Alle rein da. Los, los, los. Oh, hallo. Ich sehe das von hier hinten. Oh, ich bin bei denen oben. Ich bin bei denen oben. Ich kann jetzt mal nichts... Tobi, die haben mich nicht bemerkt. Ich bin oben bei denen. Ich habe keine Spitzhacke. Ah, fail. Bau weiter. Jetzt, was willst du mit deiner Einserwissung? Ich versuch's. Das sind keine Einserwissung. Okay. Hey, wo seid ihr denn? Nice. Also einen haben wir erwischt, Torben. Mit den TNT-Shop. Junge. Tobi, hätte ich eine Spitzhacke, hätte ich das Bett? Ja. Okay. Bau mit der Hand doch. Ja, mach ich doch. Mach ich doch. Gar kein Problem. Ich schaff das. Sneak einfach. Doch, ich halte die auf. Das dauert nur ewig. Ja, mach die. Es sei denn, jemand ist da so schlau und hat seinen Ton echt extrem aufgedreht. Flo, ich renne doch nicht in den Tod. Lass Torben da erstmal hier zischtern. Das ist so witzlos, Alter. Ich baue mich mit der Hand da durch. Egal, das ist spannend für die Aufnahme. Ja, unbedingt. Ich schaff das aber. Flo, rechts, 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 rechts. Oh nein, jetzt fangen die auch noch mit Endstone an, ey. Flo, wenn die jetzt gleich wegen dir das Bett zubauen, dann bist du sowas von dran. Okay, ich bin so gut wie da, Leute. Oh Gott, der Endstone dauert ja Jahre. Mach mal Kiste leer. Ja, nee, die haben keine Chance mehr. Ich habe das hinterher mit den Eingang wieder mit Kisten zugebaut. Also, das fehlt schwer für die jetzt noch hierhin zu kommen. Oh, Vorsicht, dein nice und schwer. Läu. So, komm, in die Mächte. Warte, geh mal weg. Ey, Tobi, du den rechts richtet. Ey, Leute, jetzt, ich dachte, ich könnte das hier richtig Sneaky machen und jetzt fickt ihr die hier alle. Na? Tobi! Oh Gott! Wo ist denn das verdreckte Scheißbett hier? Ne, kein Problem. Tobi, ich will mir das mit der Hand holen. So, Kisten sind wieder voll. Nicht, dass die gleich anfängt, rumzumeckern. Ne. Ja, äh, Chris, mach mal die Ender-Chess-Flair. Kann grad nicht, ich bin in der Mitte. Boah, ist das unverschämt, ey. Bist du halt so ewig. Aber ich schaff das. Die Aktion mit dem T-Shirt. Ja, Torben, Alter, jetzt mach mal. Ja, Entschuldigung, ich hab' ne Hand. Bei oben, noch mal gelb? Bei gelb. Ah, Tobi, sonst geh ruhig drauf. Hauptsache, wir schaffen das hier mit einer Hand. Ja, mach' einfach. Ja. Ich zieh' das durch, keine Sache. Müssen wir mal gleich ein neues Schwert gönnen. Ich gönne mir das jetzt einfach von denen. Mach' das. Ich bin jetzt, glaub' ich, da. Ein Block. Tobi, hinter dir könnte gleich einer kommen. Vielleicht, ich weiß nicht. Komm, Bruchstein. Geh' kein Bruchstein, Endstein hier. Na? Komm schon. Dahinter muss das Bett jetzt sein. Ja. Boah, auf dem Weg zu, gell. War das eine lange Geburt, ey. Mit Eisenschwert, sagst du? Okay, sorry, aber die Gelben sind so weit mal weg. Oh, er ist runtergefallen. Boah, das war richtig schön, ey. Na, ist tot. Jo, läuft, Leute. Easy. Ich bin da einfach... Ey, wer ist da oben bei Rot? Das hab' ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, aber mit einer Hand durchgegangen. So. Diese Frage, ey, wer ist da oben bei Rot? Ne, deswegen. Also, wer riechst das? Deck riecht der wir. Okay, Sascha. Och, hier, diese scheiß Trepps, ey. Trepps. Wer ist da oben bei Rot? Ich. Doin, hier, ich. Nice, Flo, lauf. Was tust du denn, Flo? Was haben die für Equip? Mit tiefen Bogen. Ja, ja, gar kein Problem. Bin da mit Eisenschwert. Ja, warte, Hilfe, was soll ich denn machen? Bin da ohne Eisenschwert, aber mit einer Hand dafür. Bin auch da. Und diese Hand hat schon... Diese Hand hat schon Blöcke kaputt gemacht, also... Ich baue das Bett wieder ab. Ich baue das Bett. Ich brauche kein Schwert, Tobi. Du bist viel besser gekübt, geh unten töten. Nein. Du bist richtig unorganisiert. Ich hatte hier mal ein paar Looten-Skaden. Die kommen ja eh nicht mehr rein. Wir sind sicher. Ich habe... Ja, okay, dann lassen wir hier Party machen, okay? Ja, mach mal was Lustiges mit denen. Hast du drei Eisen? Ich habe 16. Ich kann die gleich hier runterwerfen. Okay, gib mir mal Gold. Ich brauche auch kein Gold. Ja, hier, Eisen, her damit. Wachen, Alt-Kalt, Party auf den Damen. Ich brauche ein bisschen Gold. Ich brauche ein bisschen Gold. Ich habe gleich eine lustige Idee, wie die alle gleichzeitig töten. Ihr müsst hier nur einen bauen. Alter, ihr lasst hier die ganze Zeit die roten durch. Ja, komm Flo, alles gut. So, ich habe eine Endertest schon mal weg. Baut ihn mal ein. Die haben dann noch eine zweite Tor gesetzt. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Also Leute, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Hast du halt einen Schlaf, oder was? Nee, nee, Momentchen. Wir bauen hier gleich schon mal, wir bauen hier schon mal das für... Alter, jetzt komm. So, guck mal. Wir sehen ihren Tod jetzt schon ins Auge, aber die können das... Sascha, da kommt einer. Sascha, 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 da kommt einer. Wieder kommt einer. Ich sehe einfach nur in den Chat und sehe so, er wurde getötet, wurde getötet, wurde getötet. Ey, ich habe noch eine lustige Idee. Wir bauen da jetzt eine Trap rein. Und dann... Das ist alles. Ja. Baut doch mal die ganze Zeit bitte Trap rein. Geh mal, geh mal, geh mal. Ich bin bei den Roten drin. Ich komme da unten nicht dran. Schade. Wo bist du denn? Nee, bau doch kurz frei. Die bauen sich alle raus. Schlingel. Ich bin nicht rausgebaut. Nee, ich habe die rausgebaut. Wer hat jetzt meine Trap da abgebaut, die ich vor zwei Sekunden da hingesetzt habe? Leute. Also Leute, sagt, wenn ich das Bett zerstören soll. Warte, 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 warte. Ja, mach. Nein, stopp. Oh, jetzt wird sie ausgelöst. Ich würde es einfach... Ähm... Okay. LOL, nice. Ich habe Alarm, Alarm erzielt. Bett abbauen. Bett... Alles klar. Das hier... Oh nein, das ist nicht runtergefallen. Das hat meinen Plan zerstört. Oh. Wow. Oh, ihn hat's auch in der Mitte. Wow. Ja. Lasst mir hin. That was disappointing. Ich habe die meiste Arbeit gemacht. Nein. Ich habe mich mit einer Hand durch Blöcke geboxt. KD 3 0. GG KD 0. KD 7. Ich habe 1. KD 7 0, Leute. Ihr könnt nichts. KD 0. Ja, Torben. Aber dafür zwei zerstörte Bänden. Na ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Vergesst nicht auf den Kanal von den anderen drei Jungs zu gehen. Der Link ist, wie gesagt, ganz oben in der Beschreibung. Und wenn ihr... Wenn ihr noch weitere Videos mit denen sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Richtig. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.